Hier geht's. Google Translator. Der Rest ist bereits beobachtet. Ich muss auf die Toilette, weil ich natürlich auch gerne viel esse. In der Küche wird sie wahrscheinlich sich aufregen. Ärger ist einer der sechs negativen Gefühle, die man auf Kläscher, die man auf Sanskrit Kläscher bezeichnet. Ich weiß nicht, warum es so einfach ist, das Wort Kläscher sich zu erinnern. Wahrscheinlich, weil wir sie die ganze Zeit haben. Wahrscheinlich wird sie sich aufregen. Aber nur, wenn sie ihren Ehemann missversteht. Die einzige Art und Weise, wie sie sich aufregen kann, ist, wenn sie wirklich daran glaubt. Ich habe nichts gemacht. Und er hat einfach blöd zu mir gesagt. Nur wenn sie den Ehemann missversteht. Wie guckt das Missverstehen des Ehemannes aus? Ich habe nichts gemacht. Er hat mich einfach angeschrien. Das ist Missverstehen. Das wird auch als Ignoranz bezeichnet. Das ist das erste Glied im Rat des Lebens. Das Missverstehen, das alles Leiden verursacht ist. Ich habe nichts getan. Er schreibt mich einfach an. Wenn du das Sutra nicht in der Küche findest, dann hast du das Sutra noch nicht gefunden. Und jetzt. Und deswegen regt sie sich auf. Und sie regt sich mehr und mehr auf. Wenn sie den Ehemann versteht, dann kann sie sich nicht mehr aufregen. Wenn sie den Ehemann versteht, dann kann sie sich nicht mehr aufregen. Es ist unmöglich, sich aufzuregen. Sag, dass ich dumm bin. Du bist dumm. Ich bin gerade aus dem Retreat gekommen. Es ist ganz frisch in meinem Geist. Ich nehme den Stift aus der Tasche. Du bist dumm. Ah, kommt von mir. Das ist meine Schuld. Ich habe den Samen gepflanzt. Wenn du nicht willst, dass dein Ehemann dich schimpft, was solltest du dann tun? Dann höre auf, deine Kinder zu schimpfen. Hör auf, schlechte Samen zu pflanzen. Wie beweist du, dass dein Ehemann recht hat, dass du dumm bist? Du antwortest mit, ich bin nicht der Dumme, du bist hier der Dumme. Dann hast du bewiesen, dass du dumm bist. Weil das pflanzt einen neuen Samen und dann sind die Kinder wieder unfolgsam. Wo sind wir denn jetzt eigentlich im Lamram? Wir machen es jetzt schon neun Jahre lang. Das ist das 33. Retreat. Wo sind wir im Kontext? Wir sind in einem Teil der Moksha. Freiheit heißt. Was bedeutet Freiheit? Freiheit vom Zyklus. Was ist der Zyklus? Du verstehst deinen Ehemann nicht. Du denkst, du hast keine Schuld. Dann sagst du, nicht ich bin hier der Dumme, sondern du. Du pflanzt neuen Samen. Dann sind die Kinder wieder umgezogen. Dann schimpfst du sie wieder aus. Du pflanzt neuen, schlechten Samen. Nächste Woche sagt der Ehemann wieder, dass du dumm bist. Und das ist der Kreislauf, der Zyklus. Der große Kreislauf heißt Sansara. Und wenn du aufhörst, negativ zu reagieren, dann musst du nicht wieder in einer Welt wie dieser geboren werden. Du wirst immer in einer perfekten Welt leben. Im Mandala. Wir studieren, wie man negative Emotionen los wird. Wir sind jetzt in dem Abschnitt, wo beschrieben wird, wie wir uns von dieser Welt befreien können. Und wir studieren, wie man die negativen Gefühle los wird. Und es gibt zwei Methoden. Eine ist eine ultimative Methode. Auf Englisch heißt es vorübergehende Methoden. Es hilft dir ein paar Stunden. Die ultimative Methode ist der Stift. Aber wenn es Situationen gibt, an denen du dich nicht an den Stift erinnern kannst und du ärgerlich wirst, dann gibt er sechs kurzfristige Methoden. Und wir lernen sie. Wenn du ein Aspirin nimmst, funktioniert es? Manchmal ja, manchmal nein. Warum funktioniert es? Wenn es funktioniert. Weil du hast anderen Menschen in der Vergangenheit mit ihren Kopfschmerzen geholfen. Es gibt keine chemische Substanz im Aspirin, die dein Kopfweh beseitigt. Du hast diese chemische Substanz ins Aspirin reingetan. Geshe-la. Wenn ich die Samen gepflanzt habe und ich Kopfweh bekomme, kann ich dann ein Churro essen, anstatt des Aspirins? Die Antwort ist, wenn deine Samen sehr, sehr stark sind, dann kannst du auch ein Churro essen, wenn du Kopfweh hast. Es wird das Kopfweh beseitigen und du wirst nicht dick davon werden. Aber, wenn deine Samen noch nicht ganz so gut sind, dann brauchst du dieses Transportmittel, dann brauchst du das Aspirin. Das Aspirin selbst wird durch kleinere Samen erzeugt. Und die Kraft, die Macht des Aspirins wird durch große Samen erzeugt. Wenn du weißt, dass dein Ehemann demnächst zu dir sagen wird, dass du dumm bist, in dem Moment, wo du die Tür öffnest, dann mach die Tür einfach nicht auf. Geh einfach nicht in die Küche. Es wird helfen. Du wirst stärker werden, weil du keine neuen, schlechten Samen pflanzen. Es wird das Problem nicht lösen. Aber du wirst nicht auf einen Fehler noch einen weiteren zusätzlichen Fehler machen. In diesem Buch heisst es, es ist die Stärke, das Schwert zu halten. Das Schwert ist, die Samen zu verstehen. Aber du musst deinen Geist kräftigen, damit du das Schwert verstehst. Es ist so ähnlich, wie wenn du Vitamine nimmst, bevor du zum Fußball gehst. Die Vitamine ist nicht die Weltmeisterschaft zu gewinnen, aber es wird dir dabei helfen. Also es gibt Dinge, die du tun kannst, bevor du in die Küche gehst. Es wird dir helfen, stärker zu werden. Und darüber sprechen wir heute. Und es gibt sechs. Jetzt geht's los. Es gibt sechs niedergestellte Gründe für diese Gründe. Angenommen, du wirst in der Küche, regst du dich auf. Dieser Ärger kommt von zwei unterschiedlichen Samen. Der große ist der Ich verstehe den Stift nicht Samen. Das ist derjenige, der dir die meisten Probleme verursacht. Aber dann gibt's noch einen kleineren Samen. Der kommt von all den Gelegenheiten, als du in der Vergangenheit dich aufgeregt hast. Also versuche zu verstehen, wenn du wenn du in der Küche deinen Frieden verlierst und dich aufregst, dann gibt's zwei Gründe. Der tiefere Grund ist, ich hab keine Schuld. Und der andere Grund, der nicht ganz so mächtig ist, weil du dich schon 200 Mal vorher über deinen Ehemann aufgeregt hast. Also du hast Ärgersamen, weil du dich vorher schon über ihn aufgeregt hast. Und darunter liegt der viel kraftvollere Samen, den wir Ich hab keine Schuld nennen. Wollt ihr noch mehr darüber wissen? Ich hab keine Schuld Samen, hat die anderen 200 Samen, wo du dich aufgeregt hast, erzeugt. Da gibt's eine Beziehung zwischen den beiden. Also wenn du den ersten schwächst, schwächst du auch die anderen. Also das nächste Mal, wenn du glaubst, du wirst dich jetzt dann in der Küche aufregen und stattdessen zu McDonald's gehen, nein, nein, zu Krispy Kreme gehst. Und dann regst du dich heute nicht auf. Und das hilft dir dabei, den Samen, ich hab keine Schuld zu verstehen. Jedes Mal, wenn du den Ärger vermeiden kannst, nicht damit, dass du mit dem Stift kämpfst, sondern dadurch, dass du wegrennst, hilft es dir immer noch. Es macht dich stärker. Wir müssen versuchen, diese negativen Gefühle auf jede Art und Weise zu vermeiden. Wenn du uns super meditierst, da bist, dann wird in dem Moment, wo der Ehemann sagt, dass du dumm bist, dann nimm deinen Stift raus. Ich habe einmal einen Vortrag vom Dalai Lama gehört. Er spricht darüber, dass wenn dein Nachbar mit dir streiten will, er hat auf Tibetisch gesprochen und er hat den Übersetzer. Und ich habe mir beides angehört, natürlich, natürlich bin ich auf den Übersetzer neidisch gewesen. Ich habe versucht, Fehler zu finden. der Dalai Lama sagte, wenn dein Nachbar auf dich wütend ist und er zum ersten Mal sagt, dass du dumm bist, dann beim ersten Mal sagst du einfach, es tut mir leid, dass du dich ärgerst über mich, es tut mir leid. Und wenn er dann das zweite Mal ankommt und wieder sagt, dass du dumm bist, dann stärke deine Geduld. Sei höflich. Und wenn er zum dritten Mal kommt und sagt, dass du dumm bist, dann sage ihm einfach, Kappasso. Und 5000 Menschen sind anwesend in New York. Und ich bin der Einzige, der das Lachen anfängt. Kappasso heißt, sage ihm, er soll scheiße essen. Und der Übersetzer, oh oh, sage ihm, dass du nicht glücklich bist. Das ist keine Übersetzung. Aber er hat es witzig gemeint. Also wenn du in die Küche kommst und du versuchst, dich an den Stift zu erinnern, aber es funktioniert nicht. dann versuch wirklich, den Raum so schnell wie möglich zu verlassen. Warum? Weil auch wenn du dich nur ein bisschen aufregst, dann stärkst du die Samen für Ärger. Und hier ist die erste. Und hier ist die erste kurzfristige Methode. Angenommen, du bist krank und du hast eine wirklich ernste Erkältung und du bist sehr vorsichtig, du hast Vitamine genommen, du hast viel geschlafen. Aber du hast nicht wirklich den Samen der Erkältung erreicht. Er ist immer noch da. Und wenn du dann einen Sahnekrapfen isst, dann wird in zwei Stunden die Erkältung wieder aufflammen, weil der Samen immer noch vorhanden ist. Du hast einfach nur ein paar Tage gut gegessen. Aber der Samen ist immer noch da. Und so beschreibt er den Samen für Ärger. Wenn du was Schlechtes isst und der ursprüngliche Samen immer noch da isst, dann wirst du wieder krank werden, weil du immer noch einen Samen für Ärger hast. Wenn du in der Küche bleibst und du hast nicht die Stärke, das Schwert zu benutzen, dann wirst du ärgerlich werden. Dann pflanzt du einen neuen Samen für Ärger. Und weil du ja schon die Charaktereigenschaft hast, du schnell aufzuregen, dann ist der Ärger immer, immer unter der Oberfläche und kann sofort hochkommen. mit einer kleinen Schmerz und jetzt saß. Was sollst du dann machen? Also wenn du zu schwach bist, um das Schwert zu verwenden, das Verstehen des Stiftes ist noch nicht stark genug. Dann verstehe auch und erkenne an, dass du noch nicht stark genug bist. und dann vermeide die Umstände, die dazu führen, dass du dich aufregst. Vermeide diese kleinen Situationen und dann wirst du auch keinen großen Ärger mehr haben. Vermeide Verkehr, wenn du das tun kannst. Trata, Versuch zu vermeiden, dass du dich aufregst, weil dieser kleine Samen der Irritation wird in der Küche explodieren. Lerne, deine negativen Samen zu managen. Es gibt einen Trick dabei, den ich euch jetzt verrate. wenn du ein Problem mit Ärger hast. Und wir sind immer noch bei der ersten kurzfristigen Methode. Versuche, diese kleinen Ärgersamen zu sammeln. Angenommen, du hast ein Problem, dass du immer zu viel isst. Du hast ein Problem mit Verlangen. Kriss, äh, Sahnekrapfenproblem. Jenny Wong? Jenny Wong? Warum haben sie ein Krapfengeschäft im Singapur-Airport eröffnet? Du erzählst es mir. Es macht mir nur Probleme. Warum ist plötzlich Krispy Kreme im Singapur-Flughafen vorhanden? Ich glaube, vor einer Woche war ich da. und dann war ich natürlich im Krispy Kreme-Shop im Singapur-Flughafen. Scott! Und deswegen liebe ich Scott so, weil er mit mir immer das schlechte Essen isst. Ah, Scott, guck mal, Krispy Kreme. Und dann habe ich mir gedacht, ich sollte ihm nicht erzählen, was es dort im Krispy Kreme-Shop gibt. Er hat ihn nämlich noch nicht entdeckt. Und ich wusste, dass ich es ihm erzählen werde. In den nächsten zwei Minuten. Und jetzt. Also, wie gehen wir jetzt mit diesem Samen um? Verschiebe dein schlechtes Karma. Versuche nicht, es zu bekämpfen. Versuche nicht, es aufzuhalten. In deinem Geist, im Singapur-Flughafen. Sag zu dir selbst, ich werde Scott erzählen, dass es hier einen Krispy Kreme-Shop gibt. Entscheide, ich werde es ihm erzählen. Die einzige Frage ist, esse ich einen oder zwei? Und dann zögere es hinaus. eine Minute, eine Minute, zwei Minuten. Das ist ein sehr, sehr kraftvolles Gegenmittel gegen diese kleinen Samen. Verzögere es hinaus. Jede Minute, die du es hinaus schieben kannst, ist ein sehr kraftvoller Samen. Wenn du Alkoholprobleme hast, kauf dir den Tequila, mach die Flasche auf, entscheide dich, ja, ich werde es trinken. Und dann warte zwei Minuten. Kämpfe mit dem Samen zwei Minuten lang. Und dieser Kampf ist super cooles, gutes Karma. Und dann wird, das wird dir im Ende dabei helfen, mit dem Trinken aufzuhören. Verschiebe deine schlechten Taten. Eine Minute, zwei Minuten, drei Minuten. Du machst 3.600 Samen pro Minute. Ja, nimm das Karma mit. Schieb es einfach hinaus und dann trinkt die ganze Flasche. Und esst zehn Krapfen. Verstanden? Weil die Samen, das sie hinausschieben, sind viel kraftvoller, wie wenn das gleiche ist. Der schlechte Samen. Und damit habe ich wirklich gute Erfahrungen, weil ich bin nämlich von Krapfen abhängig. Verschiebe es einfach um ein paar Minuten. Du machst 3.600 Samen pro Minute. Verschiebe es und irgendwann sind die Samen dann so stark, dass du keinen Krapfen mehr willst. Das ist die erste der sechs Methoden. Zweite ist sehr einfach. Vermeide deinen Ehemann. Geh deinem Ehemann aus dem Weg. Vermeiden. Und in den Schriften heisst es dazu, und weil wir den Samen für Ärger haben, und weil wir uns selbst schon so oft erlaubt haben, auf unseren Ehemann ärgerlich zu werden. Wenn wir ihn treffen und er hat schlechte Laune, dann werden wir streiten und es zu beweisen. Zitiert er jetzt die Abhidharma Koscha? Stanley übersetzt die Abhidharma Koscha und ich glaube, das Buch ist sehr lange, wird 2046 fertig sein. Ich glaube, ich bin dann 89. Ich muss da jetzt noch einen Plan dafür machen. In der Abhidharma Koscha heißt es, wenn du einen wirklich guten Ärger hast, dann stell sicher, dass du im gleichen Raum mit deinem Ehemann bist. Denk falsch über ihn, ich habe keine Schuld. Und du hast alle Gegebenheiten, damit er wirklich gut streitet. Also seid immer nahe dran, am Krapfenladen. also in der Nähe des Krapfenschopfs zu leben, wird das Verlangen verstärken. In Singapur am Flughafen, da gibt es Dinge. Die haben im Flughafen ein riesen Einkaufszentrum gebaut. Ich spreche nicht über ein oder zwei Läden. Hunderte mit einem Springbrunnen über vier Stockwerke und der fließt verkehrt rum. So intelligent. Es reicht, den Flughafen zu sehen, du musst nicht mal in die Stadt fahren. also das nächste Mal ich weiss, in welchem Stockwerk der Krapfenladen ist, der ist im ersten Stock, aber du kannst auch zum Juwelenshop im zweiten Stock gehen, also nach der Abidama Koscha. das nächste Mal, wenn ich im Flughafen in Singapur bin, sollte ich es vermeiden, im ersten Stock auszusteigen. Mit meinem Karma werden Sie wahrscheinlich den Laden in das zweite Stockwerk verlegen. Und vor allem, wenn du schlechte Laune hast, versuch so viel Abstand zwischen dich und deinen Ehemann zu bringen, wie möglich ist. Das Tibetische ist wirklich lustig. Versuch so viel Abstand zwischen dir und deinen Ehemann zu bringen, wenn du schlechte Laune hast, wie es dir möglich ist. Deswegen schließen wir die Mönche im Kloster ein. Das ist so witzig. Er spricht hier zu Mönchen. Das ist, warum ihr im Kloster eingesperrt seid. Weil da gibt es nämlich keine Mädels. Er verwendet hier das Wort Rabchung, was auch bedeutet, du hast versprochen, keinen Sex zu haben. Deswegen, Jungs, kommt ihr ins Kloster, damit ihr Abstand von den Mädels habt. Selbst wenn du die Regel brechen willst, geht das nicht, weil keine Mädels da sind. Und genauso kannst du es auch mit deinem Ehemann machen. Es gibt Tage, da solltest du deinen Ehemann nicht treffen, weil du hast schlechte Laune und er hat schlechte Laune. Weil dann werdet ihr streiten. Sonst, wenn du dich nicht an den Stift erinnern kannst, Glück gehabt, aber wenn nicht, dann geh nicht in die Küche. Habt ihr das verstanden? Wenn du in die Küche gehst und dich aufregst, wirst du einen kleinen Samen pflanzen und du wirst das nächste Mal wieder ärgerlich werden. Ich sollte jetzt eine 100-Dollar-Frage stellen, aber ich vertraue dir nicht. Das ist die komparative Verwendung des instrumentalen Falles. Wenn du nicht das Gegenmittel anwenden kannst, dann benutze Vermeidung. Also wenn du nicht stark genug bist, um das Gegenmittel anzuwenden, dann vermeide das Objekt. Wenn du Angst hast, dass du dich dann in den Stift erinnern kannst in der Küche, dann vermeide es, in die Küche zu gehen. Es ist kein stark buddhistische Methode. Aber es ist besser, als neue, schlechte Samen zu pflanzen. Der Autor von diesem Zitrat heißt Bodhisattva und sein Name ist Togme, aber es ist nicht Asanga. Wenn du deinen Ehemann vermeidest, würdest du ganz langsam deinen Charakterzug des Ärgers loswerden. Und wenn du nicht mehr vom Ärger abgelenkt wirst, dann wirst du mehr gutes Karma ansammeln. Also wenn du jetzt den Krapfenladen vermeidest, weil du dich einfach in einem anderen Teil der Shopping Mall aufhältst, dann hast du genau den gegenteiligen Effekt. Du bekommst etwas Bewegung, weil du rumläufst, anstatt die Kalorien zu essen. Behalte einen klaren Geist und dann wird dein Verständnis vom Stift wachsen, weil du den Streit vermieden hast. Es ist eine niedrigere Methode, den Streit zu vermeiden, aber es wird deinen Geist klar machen und das nächste Mal kannst du dann dich an den Stift erinnern. Habt ihr das verstanden? Also wenn du die Küche vermeidest, dann bist du vielleicht das nächste Mal stark genug, in die Küche wirklich reinzugehen und dich an den Stift zu erinnern. Und jetzt macht er hier einen Witz. Emba bedeutet, das ist ein bisschen Emba hier, es bedeutet ein leckeres in der Stadt. Das Wort bedeutet wie Diamond Mountain, am Ende der Welt keine Stadt, du brauchst zwei Stunden, um zum Supermarkt zu gehen. das ist Emba, da wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Es ist eine Bodhisattva-Praxis, sich ins Land zurückzuziehen. Es ist eine Metapher. Geh aufs Retreat, um den Ehemann zu vermeiden. Zum Beispiel ins Badezimmer. Geh nicht in die Küche, geh ins Badezimmer. Vergiss nicht, Bodhisattvas machen gerne Retreat, aber es ist ein Witz. Es heißt, geh nicht in die Küche, sondern geh ins Badezimmer. Vermeide einfach die Orte, wo sich der Ehemann aufhält. Geh aufs Land. Verstanden? Wir haben noch fünf Minuten. Sagt eurem Hintern, er soll sich entspannen. Es ist sehr hilfreich, sagt unser Lama. Es ist gut, sich an Orten aufzuhalten, die ruhig sind. Wenn du weißt, dass dein Ehemann sich aufgeregt hat, dann geh eine Stunde einkaufen, im Kosmetikladen. Begib dich an einen ruhigen Ort und dann geh heim. Vielleicht hat er sich inzwischen beruhigt. Oder vielleicht hat er sich noch mehr aufgeregt, weil du Kosmetika gekauft hast. Okay. Now, number three of the temporary methods. Die dritte der temporären Methoden. Die ultima Methode ist der Stift. die erste war, wir haben die negative Aktion verschoben. Oder wir haben einfach den Ehemann vermieden, wenn du weißt, dass er sich gerade aufregt. wenn du ein Pfauen Bodhisattva ist, das ist das Thema von Seiji's Book. Hast du schon unterrichtet, Seiji? Diese Pfauen Bodhisattvas, wenn die hören, dass der Ehemann aufgeregt in der Küche steht, dann gehen sie früher von der Arbeit heim, um mehr Zeit in der Küche zu verbringen mit ihrem ärgerlichen Ehemann. Es ist wie Gewichte heben. Es macht den Bodhisattva Muskel stärker. Also wenn du wirklich stark bist, dann solltest du versuchen, möglichst viele nervige Leute um dich zu haben, um stark zu werden. Du solltest an den Flughafen gehen, wo es zehn Krapfen Läden gibt und rauf und runter laufen, um einfach deine Muskeln aufzubauen. Das ist sein Buch, die Pfauen Bodhisattva. Warum Pfau? 100 Dollar? Oh, warum Pfau? Chaoping, hast du 100 Dollar für mich? Sie hat gesagt, weil sie diese wunderbaren Farben in ihrem Gefieder haben. Die Metapher ist, dass sie das Gift nehmen und sie in diese wunderbaren Farben verwandeln. und das ist, warum sie das Bild eines Pfaus verwenden. Es gibt eine Geschichte in Asien, dass die Farbe der Pfauen davon kommt, weil sie es lieben, Gift zu essen. Ich glaube, hier in Guadalajara habt ihr eine Blume, die Datura heißt. Das ist eine weiße Blume und sie ist giftig. Du hast Halluzinationen. Also bitte nicht essen, es wird euch umbringen, weil es giftig ist. und Pfauen laut den Schriften, ich weiß nicht, ob es wahr ist, also bitte bringt eure Pfauen nicht um. Da heißt es, sie lieben es, Gift zu essen und jedes Gift verwandelt sich in eine andere Farbe in ihrem Gefieder und sie werden schöner und schöner. Also wenn du ein starker Bodhisattva bist und du hast eine Krapfenabhängigkeit, dann frage Siri. Hallo Siri, wo ist der nächste Krapfenladen? Oh, 15 Meilen. Oh, und sie sagt mir auch, wie ich da hinkomme. Also wenn du ein fortgeschrittener Bodhisattva bist, dann frag Siri, wo der Krapfenladen ist und dann geh da hin und trink einen Kaffee und verstanden. Aber wir sind keine Pfauen Bodhisattvas. Frag Siri, wo der Krapfenladen ist und fahre in die andere Richtung. Dann machen wir ein Mandala, Seji. Krapfenladen 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 Mandalakam Nuryatayami Okay, thank you. Thank you.